Jetzt auf OE24 TV. Neujahrsvorsätze, der große Talk. Schluss mit dem Rauchen, weniger essen und überhaupt einfach gesünder leben. Alle Jahre wieder sind das die beliebtesten Vorsätze der Österreicher. Aber wer hält durch? Machen die Vorsätze überhaupt Sinn? Und welche Tricks gibt's, damit 2019 wirklich besser wird als all die anderen Jahre? Dazu im Studio zu Gast Hadema Bankhofer, Nicole Kern, Andi Leland, René Vastler und Clemens Trischler. Durch die Sendung führt Sabrina Blavuljevic. Jetzt Neujahrsvorsätze, der große Talk. Nur auf OE24 TV. Einen schönen guten Abend auf OE24 TV. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur ersten Talksendung in diesem Jahr. Und über was anderes könnten wir denn auch schon reden, außer über die Neujahrsvorsätze. Es ist wieder soweit. Vielleicht kennen Sie es zu Hause auch. Man denkt sich irgendwie, man möchte im neuen Jahr alles besser machen. Und man fängt so gut motiviert an. Und eigentlich schaut es auch wirklich so aus, als könnte man 365 Tage durchhalten. Aber dann kommt bei den einen meistens schon am nächsten Tag oder womöglich sogar in der nächsten Stunde die Erkenntnis, dass das gar nicht so leicht ist, die Sache mit den Neujahrsvorsätzen. Genau diesem Thema wollen wir uns heute widmen. Machen sie noch Sinn? Brauchen wir Neujahrsvorsätze? Was bringt uns wirklich weiter im Leben? Wie lebt man gesund? Und was macht uns glücklich? All das, über das plaudern wir heute in einer lustigen Runde. Darf ich erstmal willkommen heißen, Professor Hademar Bankhofer. Ich freue mich, dass ich da bin wieder. Ich freue mich auch. Wenn ich Sie anschaue, kriege ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, ich ernähre mich einfach viel zu ungesund. Also ich bin froh, dass Sie heute da sind. Deswegen ernähren Sie sich richtig. Sehen Sie genau deswegen haben wir den Herrn Professor heute eingeladen wegen diesen Wortspenden. Dankeschön. Andy Lielang, Musiker, die muss man nicht mehr vorstellen. Jeder kennt dich. Was wir heute von dir hören werden, ist, ob du Neujahrsvorsätze hast, beziehungsweise ob es da vielleicht molisikalische Unterstützung gibt. Lass dich überraschen. Dann freue ich mich auch, Nicole Kern hier begrüßen zu dürfen. Nicole Kern ist die Chefin der Miss-Oberösterreich-Wahl und da ist natürlich vor allen Dingen eins im Vordergrund die Figur. Wie schafft man das, dass die schlanke und rank wird? Du hast da vielleicht ein paar Profitipps auf Lager, die du unseren Zuseher mitgeben darfst. Sehr gerne. Vielleicht auch unserem René mitgeben darfst, weil gesunde Ernährung ist nicht immer deins. Auf Partys kann man sich nicht gesund ernähren. Oh ja, es gibt auch gesunde Buffets, aber die meide ich halt meistens. Nein, also gesunde Ernährung ist schon wichtig. Und um deinen Ruf jetzt zu schonen, also gehst du nicht nur auf die Partys, um dich am Buffet zu haben, sondern wirklich arbeitsmäßig. Nein, ich gehe immer nicht hingehen muss. So manchen Gastgeber belegt sich jetzt, ob er dich noch einlädt. Kann er gerne, ich esse nichts mehr Neujahrsvorsatz. Wer auf jeden Fall eingeladen sein wird, ist der Clemens Trischler. Hallo Clemens, danke, dass auch du wieder gekommen bist. Großer Vorsatz bei dir in diesem Jahr, die Arbeit. Warum hast du ja gerade Arbeit zum Vorsatz genommen? Ob das ein großer Vorsatz ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, man sollte immer was arbeiten, weil sonst ist das ja ja sinnlos. Aber ich habe einige Vorsätze und die meisten habe ich schon gebrochen. Was waren denn so deine Vorsätze? Nicht aufs Handy zu schauen zum Beispiel, oder weniger Computer und Handy zu verwenden, das ist mir schon mal nicht gelungen, weil ich glaube, ich habe es dauernd und permanent und jeden Tag in der Hand schon mal das Erste in die Hosen gegangen. Das ist natürlich ein Vorsatz, den viele haben. Wie schaut es bei euch aus, Andy? Du lachst schon. Ja, süchtig. Schau, du kannst keine Sucht mit Vorsätzen bekämpfen. Wie viele Raucher kenne ich, ob sie muss neu oder nicht, zum Raucher auf. Das ist mein Vorsatz. Wenn er süchtig ist, dann geht es nicht. Und Handy ist mittlerweile genauso eine Sucht. Es geht nicht. Entweder ich bin stark genug, um diese Sucht zu bekämpfen, Clemens tut mir leid, du bist weich. Achso, weich. Fühlst du dich als weich? Weichei? Jetzt, jetzt aber. Nein, weichei ist es vielleicht. Ich habe nicht weich gesagt. Das Ei kommt dazu. Aber es ist halt einfach so, er hat vollkommen recht, es ist eine Sucht. Und eine Sucht kann man nicht bekämpfen. Rauchen muss ich glaube ich nicht bekämpfen, weil ich nicht rauche. Das ist vielleicht der Vorteil. Aber genau das ist das Gleiche wie beim Handy und beim Computer. Also ich bin da seiner Meinung. Ist aber trotzdem für mich ein Vorsatz gewesen, den ich eben gebrochen habe. Wie lange hast du durchgehalten? Naja, bis zum ersten. Interessant, dass du das sagst. Ich kann mich erinnern, dass du es beim Zigaretten schon ein paar Mal angeschneißt. Ach so? Das ist aber schon länger, ja. Also vielleicht könnt ihr noch nichts mehr trinken zu seinen Vorsätzen. Ich rauche auf jeden Fall nicht regelmäßig hin und wieder. Aber oft und dann viel. Nein. Es gibt jedenfalls viele falsche Vorsätze. Mir erzählen die Leute immer, gerade in diesen Tagen jetzt immer, ich mache jetzt das ganze Jahr weniger Stress. Das ist ja absoluter Blödsinn. Der muss auf eine Insel ziehen, wenn er wirklich den Stress los hat. Man muss sich fragen, was kann ich tun, damit ich trotzdem Stress gut über die Runden komme. Das sagt aber keiner. Und das ist, glaube ich, der Fehler in der heutigen Zeit, dass die Vorsätze alle falsch formuliert sind. Dann bricht man sie und hat einen Frust. Und vor allem ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich bewusst macht, dass man zu jeder Zeit einen Vorsatz fassen kann. Ganz wichtig ist, dass man ein klares Ziel definiert hat und das dann auch verfolgt, dass man das eben ganz spezifisch definiert. Und das kann man wirklich jeden Tag, da braucht man nicht das neue Jahr dafür. Natürlich gibt das neue Jahr Anlass, weil man sagt, okay, was war im alten Jahr nicht so ideal, was hat mir nicht so gefallen. Es ist ja auch wichtig, dass man reflektiert und schaut, was hat nicht passen. Aber der erste, erste ist meistens nicht der ideale Zeitpunkt. Danke, du sprichst genau das an, was ich mir immer denke. Man braucht kein Datum. Wenn ich mir was vornehme und sage, ich höre jetzt zum Rauchen auf, ich habe einmal schon fast ein Jahr zu rauchen aufgehört, habe dann aus Dummheit wieder angefangen, aber ich habe von einem Tag am anderen, und das war nicht Neujahr, gesagt, ich will jetzt nicht mehr rauchen, habe es wirklich fast ein Jahr durchgezogen, dann kam irgendwann der Rückfall, aber ich halte nichts von, es ist Neujahr, ich muss mir jetzt was hören, ich muss gar nichts. Aber wenn man das jetzt irgendwie doch sagt, das neue Jahr als neue Anfang, ist doch gut, wenn man sich im Kopf ein bisschen darauf einstellt, dass man sagt, eine Periode geht zu Ende, die neue fängt an. Besser ist die Gelassenheit. Genau, das neue Jahr zu gehen, der Gelassenheit, und zu sagen, na gut, jetzt rauche ich noch eine. Und nicht zu sagen, Gott, das habe ich sofort gebrochen, mein Versprechen, ja, und das ist die beste Sache, jetzt rauche ich wieder eine. Habe halt das am siebten Tag einmal eine Zigarette geraucht, morgen werde ich schauen, ob ich es schaffe, keine zu rauchen. Ich glaube, diese Gelassenheit ist ein ganz wichtiger, wie ich weiß. Ich glaube, Gelassenheit und sich bewusst zu machen, dass man es immer selber in der Hand hat, alle Entscheidungen, die man trifft für sein Leben, die man verändern möchte, es ist, wie gesagt, gut, wenn man sich bewusst wird, was nicht so ideal ist, was man verändern möchte, aber zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist, dass man Hilfsmittel in Anspruch nimmt, zum Beispiel den Mond. Jetzt zum Beispiel gestern, der sechste erste, war ein ganz toller Neumond, wo eben gestanden ist im Mondkalender, ein guter Tag, wenn man mit Altlasten aufhören möchte, kommt jetzt was? Nein, wirklich, man kann sich solche Hilfsmittel, je nachdem, was man glaubt. Ich habe das voll gespürt, manchmal auch, also so komisch war das jetzt. Aber das Wichtigste ist, dass man sich immer selber bewusst macht, man hat es selber in der Hand und da ist nicht der erste, erste entscheidend dafür, sondern zu dem Zeitpunkt... Nein, hast du nicht, weil wenn du süchtig bist, hast du es eben nicht in der Hand. Doch, weil dann kann ich auch entscheiden, so, jetzt ist der 23.4. und jetzt möchte ich eigentlich zum Rauchen aufhören, weil es mich schon so nervt, weil es stinkt, weil es Geld kostet und ungesund ist. Jetzt setze ich die richtigen Schritte dafür. Das ist ja so schwer, weil es eine Sucht in gewisser Hinsicht ist. Und daher muss man das langsam machen. Ich kann mich erinnern, ich war vor vielen Jahren mit dem Josef Kirschner. Mit dem Jockey Kirschner natürlich. Mit dem Jockey gemacht, eine Sendung, Lebensschule. Und da haben die Leute gefragt, was macht ihr, um euchs Rauchen abzugewöhnen. Und da sind zwei Beispiele gekommen, wo dann viele geschrieben haben, das hat wirklich genützt. Eine blöde Geschichte. Ein Paprika, der ja viel Vitamin C hat und das Nikotin zerstört, das Vitamin C. In kleine Streifen schneiden, in ein Glas lossteigen. Und bevor man Zigarette rauchen will, so einen Streifen zu essen. Gut. Die Zigaretten schmecken scheißlich nachher. Und die zweite Geschichte war, ein paar Tropfen Hafer-Ur-Tinktur, also homöopathisch, auf die Hand geben. Und vor allem Zigarette rauchen, mit der Zunge drüber schlecken. Schmeckt genauso furchtbar. Es haben uns aber etliche geschrieben, es hat geholfen. Ich wollte gerade sagen, sehen Sie sich die Begeisterung in die Sicht von René Wastler an. Er kann sich kaum noch halten. Zwei Kilo Paprika und so. Es mag sein, dass es für manche Menschen wirkt. Ich denke mal, wenn ich, jetzt sage ich, ich will zu Rauchen aufhören, dann muss ich auch so stark genug sein. Ich halte nichts von Nikotinpflastern oder irgendwelche Bücher, die man liest. Wenn, dann will ich es aus eigener Kraft schaffen. Aber man kann es sich ja ein bisschen leicht machen, sei nicht immer so streng zu dir. Wahrscheinlich rauchst du deswegen noch, weil du so streng bist. Auch wenn ich hundert Bücher lese, dass mir nachher vor einer Zigarette graust. Auch wenn ich hundert Bücher lese, wenn ich nicht aufhören will, dann höre ich auch nicht auf. Auf der Bauchkunft steht drauf, es ist tödlich und die Leute rauchen. Richtig. Was gibt es denn? Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man sich die Frage stellt, warum möchte ich aufhören? Zum Beispiel mit dem Rauchen. Möchte ich für mich aufhören, weil es, wie gesagt, grauslich ist, weil es stinkt, weil es Geld kostet? Oder sollte ich aufhören, weil eigentlich meine Frau oder mein Mann jammert, dass ich rauche? Oder weil die Gesellschaft das jetzt nicht mehr so begrüßt, dass man, weil Raucher sind in die zweite Klasse, so wie das halt gesagt wird. Nein, nein. Wie es halt teilweise eben präsentiert wird. Oder mache ich es wirklich für mich, weil ich sage, bewusst möchte ich meinen Körper jetzt was Gutes tun und das Nikotin weglassen. Und ich glaube, das muss der Auslöser sein. Ich will es nicht für jemand anderen machen, sondern wenn, dann mache ich es für mich. Und wenn man zehn andere Leute sagt, weil das ist grauslich, du rauchst, ist mir das relativ wurscht. Es passiert alles im Kopf. Ganz genau. Das geht mir von da nicht. Also das heißt, wenn du das Beispiel von Klima Strischler nehmen, der es nicht geschafft hat, irgendwie sein Handy auf die Seite zu legen, war bei ihm der Kopf nicht stark genug? Wie war das bei dir? Warum hast du nicht durchhalten können? Was war es eigentlich? Weil man dann immer sich denkt, man verpasst, dass man nicht aufs Handy schaut. Und da ist dann wieder das Thema Sucht. Na gut, du bist auch sehr gefragt. Also bei dir trudeln ja die Nachrichten im Sekundentakt. Nein, aber man hat Instagram, man hat Facebook, man hat alles. Man möchte sich mal alles anschauen. Der Andi wiederum steht schon drüber. Ach, 100.000 Frauen, nein, ich brauche das gar nicht. Außerdem ist es natürlich Astrolog. Kein Schwein ruft mich an. Er ist astrologisch so geschult, er weiß ja, wann er echt aufhören wird. Er weiß es ja schon. Er sagt es uns nicht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, kann man heute mit dem Handy überhaupt Schluss machen? Geht das überhaupt? Nichts, nein. Schwer, schwer. Es kommt immer darauf an, wenn ich auf einer Insel lebe und Urlaub habe, dann brauche ich kein Handy. Kannst du das auch abschalten? Man kann übers Handy loslegen. Ich war jetzt eine Woche auf Urlaub, aber anders hätte ich mich nicht einmal angeschaut. So was ist ein Urlaub-Vorsatz, weil im Alltag ist es ja wirklich schwierig, dass man gerade in dem Business... Nein, ich sage im Urlaub. Ich war eine Woche im Urlaub und dann greif es nicht dann. Eben, das finde ich perfekt. Wenn man so einen Vorsatz hat, wo man sagt, okay, jetzt mache ich Urlaub und dann echt Flugmodus und ich entspanne mich, das ist perfekt. Aber im Alltag, glaube ich, ist es schwer umzusetzen, so ein Vorsatz. Das war halt ein blöder Vorsatz. Das kann ich nicht Urlaub machen, weil er jeden Tag auf Partys muss. Gibt es noch einen anderen Vorsatz bei dir? Du bist ein interessantes Beispiel jetzt für die Sendung geworden. Weniger Partys zum Beispiel? Weniger Partys vielleicht? Na ja, phasenweise. Du bist halt Opfer. Also ich meine, du lasst es raus. Na ja, also ich wollte eigentlich ein bisschen mehr Sport machen. Das habe ich noch nicht gebrochen. Aber du hast noch gar nicht angefangen mit mehr Sport. Du fang nicht an, dann kannst du das nicht Pech machen. Dann schauen wir mal. Und an was scheitert es, wenn sich jemand zum Beispiel jetzt vornimmt, ich mache jetzt mehr Sport. Wie kann ich dann meinen inneren Schweinehund überwinden? Indem man die leichtesten Übungen am Anfang macht, die man machen kann. Es ist sehr gesund natürlich, ein Liegestütz zu machen. Wer macht schon ein Liegestütz? Geht man zu einer offenen Türe, wo der Rahmen ist, lehnt sich so an und macht dieselben Bewegungen im Stehen. Der Stehstütz. Und wenn ich das schaffe, denke ich mir dann, super. Jetzt kann ich was anderes auch probieren. Aber das wäre das Richtige. Das Stehen ist aber nicht mit vollem Gewicht, da ist es ja leichter. Ich wollte gerade sagen, das wäre dann das Richtige für dich, Clemens. So viele Partys, wie du besuchst, Tür aufstoßen. Und wieder nach Hause gehen oder so. Und das ist schon die erste Übung schon gemacht. Nach zehnmal kann man es einhändig. Oder hundertmal auf den Zehenspitzen auf- und abwippen. Das werde ich machen. Das ist auch ein guter Beginn. Hundertmal? Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man hundertmal auf den Zehenspitzen wippt, kriegt man doch eine Muskelkater, wenn man es nicht gemacht hat. Ja, da hat man ordentliche Muskel dann noch. Ja. Erste Kater, dann die Muskeln. Ich glaube, dass es sehr empfehlenswert ist, wenn man sich Ziele setzt, dass man einmal klein beginnt. Dass man sich nicht ein riesen Ziel setzt, wo man eh vielleicht von vornherein nicht dran glaubt, weil das Ziel so groß ist. Sondern eh, wie Sie ja richtig sagen, in kleinen Schritten. Also einmal mit Türstützen und Wandstützen beginnen. Und dann, wenn man sich immer wieder klein steigert und sich sagt, das habe ich erreicht, dass man sich eben auch nach einem Plan noch. Und loben. Selber loben. Da lächelt jetzt eigentlich auch der Andy mal wieder. Andy, du lobst dich regelmäßig selbst? Überhaupt nicht. Leider, ich bin ein Mensch, der sich überhaupt nicht loben kann. Das wäre aber wichtig. Das wäre wichtig. Selbstliebe und... Selbstliebe. Aber du bekommst ja von anderen so viel Lob, du musst dich ja gar nicht mehr selbst loben. Nein, ich glaube, da ist schon mal schon was Wahres dran. Wirklich stehen jetzt. Aber ich schaue mir täglich ins Spiel. Nein, das geht gar nicht. Andy, wir lieben dich jedenfalls. Das ist ein guter Anzug. Das ist ein guter Anzug. Aber ernsthaft, wie motivierst du dich wirklich? Also gerade irgendwie denkt man so, wenn man ein bisschen so aus dem Winterschlaf wieder erwacht und dann wieder rauf auf die Bühne muss. Ich freue mich einmal, dass ich aus dem Bett komme. Mittag, ja. Das ist das typische Musiker-Klischee, das ich auch jetzt präsentiere. Und wie motiviert man sich? Also man denkt sich, uff, heute hast du wieder schon zum Spielen. Du trinkst 15 Kaffee und dann... Du ist einfach... Aber ich stelle mir das wirklich super anstrengend vor, weil ich meine, wenn der Besucher geht ja einmal ins Konzert, ist immer wieder was Neues und man freut sich, ist immer etwas Besonderes. Für dich ist ja jeden Abend wirklich das Gleiche. Hast du da manchmal auch so einen Hänger, wo du denkst, so ein bisschen Motivation, so einen guten Vorsatz, dass du mit mehr Elan in so eine Show wieder reingehst? Also mehr Elan geht schon nicht, weil es ist ohne diese ein Hochleistungssport, was wir tun. Weil man deine Shows kennt, weiß, wie viel Körpereinsatz dahinter steckt bei dir. Und da ist es einfach eine Kopfsache, weil ich glaube, da sind wir wieder beim Nicht-Selber-Loben-Können. Ich möchte eigentlich schon die Leute glücklich machen, die heute Abend da drinnen sitzen. Also da bist du wirklich so, dass du sagst, es ist total professionell, ich gehe raus, da gibt es keine schlechte Laune. Das fragt dich kein Mensch, wie es dir geht. Es interessiert sich nicht. Es ist aber in jedem Job so. Es interessiert keinen, ob du jetzt gut drauf bist oder schlecht drauf bist, ob du halt Lust hast zu arbeiten. Aber du machst es trotzdem und du gibst im Optimalfall auch immer 100%. Das ist jetzt wurscht, ob du auf der Bühne stehst, ob du eine Zeitung schreibst, ob du im Fernsehen moderierst. Wenn du deinen Job liebst, dann machst du ihn gerne, egal ob es jetzt einmal einen guten oder einen schlechten Tag ist. Ich habe da ein Schlüsselerlebnis einmal gehabt, in meinen jungen Jahren. Und zwar, mein Kater ist gestorben, wie es halt so oft ist, wenn man einen Gefährten hat. Und dann rief eine Kollegin aus Hamburg an und sagt, bist du nicht gut drauf, heißt es? Und ich mache den Fehler und sage, ja, mein Kater, der Tommy ist gestorben. Ach so. Ja, ja. Ach so. Man hat gedacht, das war eine falsche Ansprechpartner. Ja, es ist genau diese Klischeefrage. Und wie geht es dir? Ich sage immer nur darauf, ja, eh super, weil man weiß ja, in Wirklichkeit interessiert es eh keinen, wie es ergeht. Aber wäre das nicht vielleicht mal ein schöner Vorsatz für das neue Jahr, dass man es etwas ernster nimmt mit der Glaubwürdigkeit? Dass man etwas ehrlicher ist und zwar genau zu sich selbst. Über das sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbung. Geht es bei uns schon weiter. Jetzt auf OE24 TV. Neujahrsvorsätze, der große Talk. Schluss mit dem Rauchen, weniger essen und überhaupt einfach gesünder leben. Alle Jahre wieder sind das die beliebtesten Vorsätze der Österreicher. Aber wer hält durch? Machen die Vorsätze überhaupt Sinn? Und welche Tricks gibt es, damit 2019 wirklich besser wird als all die anderen Jahre? Dazu im Studio zu Gast Hadema Bankhofer, Nicole Kern, Andy Leland, René Vastler und Clemens Trischler. Durch die Sendung führt Sabrina Blavuliewicz. Jetzt Neujahrsvorsätze, der große Talk. Nur auf OE24 TV. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir plaudern jetzt weiter über die Neujahrsvorsätze für 2019. Macht es denn noch Sinn, wenn man sich was vornimmt? Darüber haben wir schon gesprochen in der ersten Runde. Jetzt sind wir zu einem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wie ehrlich ist man denn heutzutage eigentlich zu sich selbst? Da lügt man sich und andere an, wenn man sagt, es geht einem gut. Ist Ehrlichkeit so ein bisschen ein Vorsatz? René, du schwindelst schon oft, wenn man fragt, wie geht es dir? Du bist immer der Strahlemann. Wäre das mal ein Vorsatz für dich? Ich glaube nicht, dass es jemanden interessieren würde. Es ist mein Job. Ich muss auf Events gehen. Ich muss Smalltalk machen. Ihr zwei trefft euch ja super oft auf Events. Ist es so, dass es dich nicht interessieren würde, wenn der René jetzt mal zu dir sagt, heute geht es mir schlecht, hättest du Mitleid mit ihm? Er hat eigentlich noch nie zu mir gesagt, dass es ihm wirklich schlecht geht. Das geht mir ja auch immer gut. Also wenn es ihm schlecht geht, sagt er mir das vielleicht nicht. Das mag sein. Aber ja, ich glaube, ich muss da ihm recht geben. Irgendwie stimmt das ja auch. Weil oft fragen das ja einen Leute, die einen eigentlich Nüsse interessieren und umgekehrt auch. Und dann sagt man natürlich nicht, mir geht es schlecht, weil dann freut sich der vielleicht noch, dass es das schlecht geht. Das heißt ja, mir geht es super. In dem Moment, wo du sagst, mir geht es wunderbar, denkt sich der, was hat der? Da muss ich länger fragen. Und wenn er dann merkt, dass es ihm eh nicht gut geht, dann reibt er sich die Hände. Aber andererseits, wenn du viel in Amerika bist, die Oberflächlichkeit dort ist ja ein Vielfaches als unsere. Dieses gespielte Desinteresse tut mir in der Seele besser. Wenn ich dort in das Restaurant gehe und der ist mega freundlich zu mir. Hello, how are you this morning? Es interessiert ihn nicht, wie es mir geht, aber er ist freundlich. Er will natürlich mein Trinkgeld, aber er ist freundlich zu mir. Und er bietet mir das bestmöglichste Service, das du erwarten kannst. Wenn ich hier in den Restaurant gehe, kommt der garantige Kölner, serviert man es oder serviert man es nicht. Ist er vielleicht ehrlich, aber da ist mir die Unehrlichkeit ehrlich gesagt lieber. Das war schön, oder? Der Uwe, wenn es zu dir kommt, will eine geile Show sehen und die bietest du ihnen. Und denen ist es genauso wurscht, dass du jetzt Migräne oder Kofi, die wollen eine geile Show sehen. Das gehört zum Business dazu. Die lachen im ganzen Blick. Ja, klar. Wenn du da reinkommst, wenn du da reinkommst. Und fotografieren alles. Hallo. Und ich denke mir, im persönlichen, privaten Bereich spricht man es eh aus mit seinen Freunden, mit der Familie. Aber ich denke mir, wenn ich businessmäßig unterwegs bin und es geht mir nicht gut, dann will ich das gar keinem sagen. Weil dann habe ich meinen Job liefert ab. Genau. Da geht es ja auch nicht für sich gar nicht so. Du kennst dich auch so, du hast ja auch einen Ratgeber geschrieben, wie man prominent wird. Man wird es prominent. Du hast den Vorsatz auch schon geflogen. Nein, äh. Naja, aber das war die Frage jetzt. Die Frage war eigentlich, die darf man sich als Prominenter das überhaupt erlauben, dass man mal einen schlechten Tag hat. Oder sagst du, bitte nicht. Man muss einem Image-Streu bleiben. Wenn man eine Strahlefrau oder ein Strahlemann ist, dann muss man auch immer gut gelaunt haben. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Aber so, wenn man jetzt auf dem Weg dazu ist, ein Star zu werden, würdest du sagen, Hände weg von schlechter Laune? Oder darf man das schon nochmal zicken? Ich glaube, schlechte Laune ist nie besonders gut, wenn man die nach außen publiziert. Das ist besser, man geht gar nicht hin. Man sagt immer gar nichts. Aber ich glaube, wenn man freundlich ist, ist es immer besser, als man sagt, du blöder Arsch oder so. Das heißt, Ehrlichkeit wollen wir auch weiterhin nicht. Wir werden lieber angelogen. Das eigentlich schließt es auch nicht aus. Es gibt auch, wenn ich Promis treffe, es sind ja auch viele Promis zu Freunden geworden, natürlich tauscht man sich schon aus, aber man muss immer genau aufpassen, mit wem erzählen Leute Geschichten. Ich sage immer, die schönsten Geschichten sind die, die ich nicht schreiben darf. Und es ist schon so, dass die Leute auch privat plaudern. Aber man muss das halt auch respektieren, wenn das jetzt privat ist, dass es dann am nächsten Tag in der Zeitung steht. Bei den Neujahrsvorsätzen gibt es ja manchmal sehr skurrile. Gibt es da irgendwas, wo gerade dir mal in deiner Berufserfahrung mal untergekommen ist, wo du jemandem erzählt hast, fürs neue Jahr nehme ich mir das und das vor oder so. Oder große Ziele, ich will meine Frau zurück. Oder ich möchte weniger Geld ausgeben. Oder was sind denn so bei den Reichen und bei den Prominenten oft Neujahrsvorsätze, wo man sich denkt, Halleluja, ist ja fernab von jeglicher Realität. Bei den Damen gibt es hauptsächlich ein Thema als Neujahrsvorsatz. Ich will mich gesund ernähren und ich will mein Idealgewicht oder Traumgewicht oder wie auch immer man es nennen will. Das ist eigentlich bei den Damen der Hauptvorsatz. Oder die, die eh schon ihr Traumgewicht haben. Ich will so bleiben, wie ich bin. Der schönste Neujahrsvorsatz, den ich gelesen habe von einem Promi, ist von Marcel Hirscher. Der hat in seinem Blog geschrieben, sein Neujahrsvorsatz ist mehr Quality Time mit seiner neuen und sehr jungen Familie zu verbringen. Und das finde ich einen absolut schönen Neujahrsvorsatz, der auch absolut machbar ist. Natürlich, er hat seine Verpflichtungen, aber er will halt alles andere zurückschrauben, um für seine Familie zu verbringen. Wobei, da muss man sagen, Marcel Hirscher hat einen super Körper, weil er auch jeden Tag im Job trainieren kann. Das bleibt natürlich so manch einer Dame nicht übrig. Die muss das in ihrer Freizeit machen. Das ist ein schöner Vorsatz, weil man auch wieder erkennt, dass Werte eigentlich das Wichtige sind im Leben, auf die man zurückkommt. Und wenn man sich so einen Vorsatz nimmt, eben für die Familie wieder mehr Zeit zu nehmen, den kann man sicher auch gut umsetzen. Absolut. Der Fall, wenn es die ganzen Familienmitglieder wissen und mitspielen. Die freuen sich ja. Die Ehefrau freut sich, das Kind freut sich. Jetzt haben wir gerade gehört, gerade von dir, Nicole, jetzt als Chef in der Miss Oberösterreich, hören wir, es kommt auf die inneren Werte drauf an. Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch, wenn man Chef in der Miss Oberösterreich ist, wo es nur um die Optik geht, dass man dann sagt, es kommt auf die inneren Werte drauf an? Also da habe ich gemeint, überhaupt Familie ist ein großer Wert. Das wird bei vielen wieder sehr bewusst. Generell die Werte, die uns ausmachen, die nichts mit Oberflächlichkeit zu tun haben. In unserem Missen-Model-Business ist es so, dass wir das Gesamtpaket brauchen. Schön ausgefolgt. Also nicht nur die inneren Werte, weil es ist und bleibt der Schönheitskonkurrenz und Schönheitswettbewerb. Der Andi schluckt es schon gleich. Ich finde, das ist richtig aus, Andi. Ich finde das Gesamtpaket immer das Wichtigste. Also wenn ich einen Neujahrsvorsatz hätte, würde ich mir wünschen, dass ich nicht die Gabe habe, immer Menschen anzuziehen, die sind, darf man jetzt eh fernsehen. Also es gibt einfach so einen Haufen von, die zieht gewisse Klientel an Menschen an, wie fliegen, das ist schon wissen. Es gibt die Menschen, die geben dir Energie und es gibt Menschen, die saugen permanent Energie von dir. Ja, aber das wäre ein guter Neujahrsvorsatz, solche Menschen auszuverdienen. Du kannst das, das entscheidest du ja. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Danke, danke Herr Professor. Naja, das müssen wir jetzt differenzieren. Im Geschäft geht es natürlich nicht, weil im Business kannst du nicht aussuchen, teilweise mit wem wir zu tun haben. Willst du das Anzirkstechster sagen? Nein, nein, nein. Im privaten Umfeld kannst du dich selber entscheiden. Kannst du nicht? Da müssen wir deine Glaubenssätze umprogrammieren. Wobei ich sagen muss... Moment, ich glaube mal prinzipiell, dass ich nicht glaube. Nein, die Glaubenssätze hat jetzt wieder nichts mit... Wobei ich sagen muss, ihr seid alle so jung noch, ja? Oh meine, danke. Aus meiner Erfahrung kann man nur sagen, dass natürlich je älter man wird, desto ungebundener kann man reden und machen und tun. Da muss ich nicht mit jedem... Natürlich auch Befrieden, wenn man schon so erfolgreich... Bei braucht ihr noch nicht. Nicht mehr. Und das ist das Schöne dabei. Also freut euch auch aufs Altwerden. Aber im privaten Bereich kann man das schon sehr wohl eingrenzen. Wenn du der Magnet bist, bist du der Magnet. Nein, aber das kann man ja... Lass uns nachher reden. Ja, jetzt, was interessant werden wird. Man muss ja auch derweise sagen, es gibt ja auch Menschen, die brauchen gar keine Neujahrsvorsätze, um etwas zu schaffen. Und der Clemens ist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Hat letztes Jahr mit der Gerda Rogers gemeinsam ihre Biografie geschrieben, hat jetzt vor Weihnachten erst kürzlich sein eigenes Buch herausgebracht. Und du brauchst keinen Vorsatz. Du machst es einfach und das finde ich toll. Hut ab von dir. Danke. Das ist wieder die Gelassenheit. Genau. Er macht seinen Weg und kann dann... Man kann es ja auch nie allen Leuten recht machen. Sicher. Da waren wir aber auch immer schon vorerst. Du kannst nicht Everybody's Darling sein. Nein, weil Everybody's Darling ist Nobody's Darling. Also da kommen Sie jetzt schon die ganzen Tipps der Weihnachten. Jetzt haben wir gewiesen, dass wir Englach kennen. Was sind denn so eure privaten Geschichten? Andy, hast du dir vielleicht doch ein bisschen sowas vorgenommen für 2019, wenn schon keinen direkten Vorsatz? Hast du dir ein Ziel gesetzt? Irgendwas, was du dieses Jahr erreichen möchtest? Was du schaffen möchtest? Irgendwas, was du tun möchtest? Irgendwas, wo du die Welt verändern willst? Gibt es da was, wo du sagst... Die Welt verändern, da müsste ich in die Politik gehen und bewahre uns davor. Das kann ich gerade sagen. Das klappt nicht immer. Zielsetzen ist es, Musiker ist immer relativ einfach. Wenn man weiß, man hat am 11. April eine Premiere für sich mit einem komplett neuen Genre, dann ist das jetzt auch kein Vorsatz, aber das ist eine Zielsetzung, weil du dich wirklich wieder in eine neue Ära begibst. Und somit sind die Zielsetzungen des Künstlers sowieso immer gegeben, weil du dir immer neue Aufgaben setzt. Der lebt ja vom Vorsatz zu Vorsatz. Ja, du lebst vom Vorsatz zu Vorsatz. Der kommt aber nicht so neu aus, sondern der entsteht einmal irgendwann und du sagst, ha, ich habe eine Idee, die setzt man um. Oder man kann auch ein Buch schreiben, aber das ist einfach ein permanentes Arbeiten. Ich bin kein Vorsatzmensch. Und wenn ich Vorsätze hatte, habe ich sie alle schnell wieder gebrochen, weil ich schwach bin. Auch ein reiches Programm. Ein neues Programm und wo zufällig? Ein zufälliger Metropol, aber wir wollen hier keine Währung. Dann haben wir diesen Teil jetzt schon ab. René, wie schaut es bei dir aus? Was sind deine neue Vorsätze? Erstens sind Clemens nicht mehr zu ärgern. Und mein zweiter Vorsatz ist es selbst umzulassen. Nur unter mal ein reiches. Also ich werde am 11. September Metropol sein. Und wer hat dein neues Buch? Ja. Du hast ein weiteres neues Buch vergessen. Und natürlich das Buch von Herrn Professor Bankhofer. Das liegt ja schon bei mir am Nachtfest. Das will ich pupsen. Ja, jetzt muss ich sagen. Ja, ob mich Oberösterreich möchte ich auch noch werden. Wenn man sich die leider gleich enttäuschen. Bei der Ministerwahl, da muss ich schauen, ob wir gerade noch in die Altersgrenze reinrutschen. Das werden wir dann besprechen. Moment, aber ist das legitim in Zeiten mit Ihnen, in welche Städte Grenzen zu setzen? Ich meine, ist das nicht gleichberechtigt? Es gibt, glaube ich, die Miss und Misses Wahl. Es gibt ja auch eine Misterwahl. Warum gibt es ja die Mister- und Opa-Wahl? Nein, es gibt eine Misterwahl. Es gibt eine Misterwahl. Super, wir reden die Opa-Wahl. Nein, sowas, mir macht es ja kein Trommel mehr. Was hast du vom Opa-Wahl gehört? Nein, vom Opa-Wahl. Also ich sehe schon, Ideen hätten wir genug für das neue Jahr. Aber wie ist es bei dir? Hast du vielleicht irgendwie doch so ein bisschen einen Vorsatz, weil viele Österreicher sitzen jetzt zu Hause und denken sich, bitte, die machen nur Witze über meine schönen Neujahrsvorsätze. Ich ernähre mich den ganzen Abend statt von Chips mit Karotten. Und jetzt kommt da unsere Runde daher und macht sich durch. Über die Ernährung. Ja, eben, da komme ich gerade hin zur Ernährung. Also habe ich mir gedacht, ich fange mal bei der Nicole an. Nicole, gerne, wie schaut das aus? Hast du schon die Ernährung ein großes Thema? Gerade nach den Feiertagen wieder, muss man sich da neu motivieren? Also ich muss ehrlich sagen, vielleicht mache ich mich unbeliebt, aber ich habe Glück, also ich bewege mich natürlich und ernähre mich ausgewogen. Jetzt muss ich es richtig formulieren. Aber ich muss nicht so ganz, ganz schlimm aufpassen. Ich esse von allen ein bisschen was. Die Dosis macht es Gips, wie du vorhin schon gesagt hast. Und von dem her habe ich jetzt da überhaupt kein Problem. Das ist sehr gut sogar. Weil man kann keine Fehler machen. Mit dem vorher ganz gut. So viele Leute fragen mich dann immer. Ich möchte mich gesünder ernähren. Müsli, weil wir Müsli schon angesprochen haben. Und dann kommen die und machen einen Fehler nach dem anderen, haben nach einer Woche schwere Magenschmerzen. Wegen Müsli? Ja. Was kann ich dir da beig machen? Was öfters ist? Und Sie wissen eines nicht, das volle Korn ist teuflisch. Das enthält auch Säuren und gewisse Stoffe, die uns im Verdauungstrakt stören. Das heißt, die können Entzündungen hervorrufen. Es gibt eine Säure, die kann im Vollkorn dafür sorgen, dass das Magnesium, das Kalium, das Kalzium, alles wirkungslos wird. Und dann hast du echte Probleme. Und warum? Diese Probleme hast du nicht, wenn du das Müsli vorher aufweichst, wenn du einen Sauerteig anrichtest, wenn du erhitzt diese Flocken. Aber nicht so, wie es in den meisten Autos passiert. Sie sagen ja, von der links, eine trockene Schüssel mit Haferflocken oder mit Flocken, dann nehmen wir kalte Milch und das sollst du jetzt mischen. Und da sollst du dich wohlfühlen über den Tag. Na, grauenhaft schmeckt das und du kriegst Magenschmerzen. Und daher muss man bei solchen Vorsätzen entweder sich informieren, fachlich, und dann sagen, ja, das mache ich oder mache ich nicht. Darum ist es gar nicht so gesund, wenn man also unvorbereitet zu einem Vollkorn greift. Nein, wie gesagt, ich habe da Glück, dass ich ziemlich alles essen kann, halt immer die Dosis. Aber zu den... Essen kann man alles, die Frage ist. Ich habe da keine Ressort im Auskrieg, immer Getreidesort. Zu den Neujahrsvorsätzen möchte ich schon sagen... Getreide, haben wir gesagt. Getreide. Generell sind ja Neujahrsvorsätze was Gutes. Also wenn man weiß, man hat jetzt den Stichtag, das alte Jahr ist vorüber, dass man sich einfach mal Zeit nimmt und einfach schaut, was war im letzten Jahr, was man vielleicht nicht so gepasst hat, was möchte ich ändern, mit was bin ich unzufrieden. Für das ruft, glaube ich, das neue Jahr einfach zum Bewusstmachen auf. Das finde ich einen schönen Gedanken, so ein bisschen die Zeit der Selbstreflexion, wo man überlegt irgendwie so... Genau, das ist der Anstoß. Aber dann bin ich nicht dafür, dass man genau am 1.1. sich das aufoktoriert und sagt, so und jetzt beginne ich, sondern zu dem Zeitpunkt, wo man sich bereit dafür fühlt und dass man das mit Plan macht, weil dann kann man es auch umsetzen. Also möglicherweise immer noch vorher Zeit lassen. Nein, man spürt es dann eben, wenn man ein Thema hat, wo man sagt, mit dem kann ich es überhaupt nicht mehr leben und man holt sich vielleicht auch Hilfe in Form eben von einer speziellen Beratung, wenn man die Ernährung umstellen will oder wenn man auf ein Ziel hinarbeitet mit einem Mentaltrainer oder... Es gibt viele Möglichkeiten und ich glaube, wenn man es echt ordentlich angeht und nicht zu hoch ansetzt, dann kann man es auch umsetzen. Aber unabhängig von mir aus dem Essen. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, mich stresst das Ganze jetzt schon ein bisschen. Ich muss aufpassen, was ich esse, weil Müsli ist ein teuflisches Korn, wie Sie mir gesagt haben, Herr Professor. Also ich fürchte mich schon gewaltig. Wenn es nicht richtig zubereitet ist. Wenn es nicht richtig zubereitet ist. Da muss ich aufpassen, dass ich mich beim Sport nicht verletze, wenn ich Übungen mache, die ich nicht kann. Einen Mentaltrainer brauche ich auch noch. Da muss man doch in Wahrheit wirklich von Anfang an die Finger lassen. Wenn es früher Jungschweinern ist, kann nicht feucht sein. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und das merkt man immer mehr, dass man einfach auf sich selber horcht. Man merkt es eben, Dinge, die hineinhorchen. Also wenn es mir gut tut, dass ich jeden Tag ein Stückchen Schokolade oder vielleicht eine halbe Tafel esse, dann bleibe ich dabei. Weil warum nicht, wenn es mir passt? Ja, aber man sagt nur mit einer angebrochenen Tafel Schokolade. Kein Teil. Wenn 70% Kakao drin ist, ist es ja wieder gesund. Ja, aber die kann man keine halbe essen. Und wichtig ist, dass man sich dann nicht von wem anderen was vorgeben lässt. Dass man selber spürt, was brauche ich und was ist für mich jetzt, für was ist der richtige Zeitpunkt, wo ich was ändere, wo passt mir was nicht, wie ändert es. Aber apropos von wem anderen was vorgeben lassen, warum haben wir immer die gleichen Neujahrsvorsätze? Die kommen ja jedes Jahr die gleichen Vorsätze wieder. Weil uns können Neuen einfallen. Ja, weil wir die Alten immer wieder brechen und so mit. Wir wollen ja immer das Gleiche erreichen eigentlich. Schaffen es halt nicht. Nein, dann halt nächstes Jahr. Habe ich noch ein Jahr Zeit, super. Ja, und irgendwann einmal wird es das neue Jahr dann vielleicht nicht mehr geben. Und dann denkst du, ach, hey, das ist doch gut. Bist du jetzt für die Abschaffung des neuen Jahres oder was hören wir da tun? Generell für die Zeitrechnung. Ich glaube einfach, dass die Süchte oder die Probleme, die wir uns selber machen, immer die gleichen bleiben. Ich meine, das hat sich mit der Handy-Generation jetzt ein bisschen was da zugekommen und etwas ist weggefallen. Aber in Wahrheit geht es um Gewicht. Rauchen ist Rauchen, nichts Trinken. Gesundheit. Gesundheit. In Wahrheit sind es die Dinge, die uns bewegen. Weil ich meine, soll ich mir sagen, ich möchte weniger Sex haben in dem neuen Jahr. Das ist ein völlig falscher Vorsatz. Ich glaube, den Vorsatz hätte wahrscheinlich niemand. Na ja, eben, das ist ein völlig falsches Wort. Das ist ein völlig falsches Wort. So Clemens, jetzt aber. Ich habe gesagt, Mann, mehr. Ihr habt mehr als wenig. Ich habe mehr aufgehört. Wir haben es wieder geschafft. Sie sind gemein, die beiden, gell? Nein, das ist nicht du. Darüber sprechen wir auch einmal in einer anderen Sendung, Clemens, ich verspreche es dir. Eigentlich wollte ich nur fragen, gerade wenn man beim Thema ist, zum Beispiel Handykonsum. Gibt es da nicht auch ein paar Vorsätze, wo man sich sagt, und dieses Jahr starte ich auf Instagram so richtig durch. Ich mache nur noch schöne Fotos. Oder ich mache nur noch S-Fotos. Sind das neue Formen von Vorsätzen, die sich da vielleicht entwickeln? Gerade weil du doch irgendwie so der Jüngste in der Runde bist und am nächsten Tag bist dann dieser Handy-Generation. Naja, ich finde, durch das, dass jetzt Instagram und Facebook gekommen ist, hast du halt einen Grund mehr dauernd aufs Handy zu schauen. Und ich persönlich schaue jetzt nicht, auf welchem Winkel das Foto das Beste ist, sondern mache ich ein Foto, wenn es mir gefällt, poste ich es nicht. Aber jetzt nicht zum Beispiel irgendwie so. Da sind, glaube ich, die Damen der Schöpfung etwas heikler, die schauen am Spiegel 450 Mal vorher, aus welchem Licht schaut es besser aus. Ich bin doch gar nicht so ehrlich. Böse. Ich rede jetzt nicht von dir, aber ich weiß es aus Erfahrung und ich kenne Leute, wo ich mir oft stelle. Ich habe einen Shitstorm für Trischler. Untertitel, der Frauen verstehe. Wo ich mir denke, ja, also das tue ich mir nicht an. Ich meine, natürlich hat Filter drauf und das schaut man immer besser aus. Das mache ich auch, aber jetzt hundertmal. Also ich bin schon draufgekommen, dass es ohne Filter meistens am besten aussieht. Leider Gottes schaue ich mit Filter besser aus. Jetzt kommt natürlich das Foto drauf an. Spaß. Oder ist das für das Geschäft? Ich weiß jetzt genau. Das ganze soziale Netzwerke. Naja, man sollte es schon als Geschäftsmodell verwenden. Es gibt genug Leute, die gut davon leben. Zu denen gehöre ich leider nicht. Kim Kardashian kriegt 250.000 Dollar pro Instagram-Post. Ja. Aber es ist halt, die Selbstinszenierung ist halt wichtig. Hat nicht abgeguckt. Sie geben ihr Ernährungstipps und die Kim Kardashian gibt ihnen Influencer-Tipps. Ich brauche keine Ernährungstipps. Das sind ja Fachleute. Die Gefahr ist, dass einfach junge Menschen von dem leben oder glauben zu leben. Was ist in drei Jahren, wenn diese Schmack ja mittlerweile Hotel ist, die sagen, wir brauchen keine Influencer mehr. Wie geht es da weiter mit, und das sind mittlerweile Tausende oder zigtausende Menschen, die glauben, ja, ich bin jetzt der Influencer, bla bla bla. Es gibt ja auch viele, die leben wirklich gut davon, machen Geld damit. Was ist dann? Immer wenn man sagt, ach, Sie sind Influencer, haben Sie nichts gelernt? Ihr habt ja auch schon Geld bekommen. Ja, man kommt mit der Krankheit. Das ist gut. Man kommt, das ist, glaube ich, eine Krankheit. Also Influencer und Blogger. Und jetzt gibt es ja die Vlogger, das sind die Videoblogger, wie man ja hört. Ich kenne nur Vlogger, das alte Computer spielt. Ja, also wir kommen wieder Generationen zusammen. Das ist mit einem Wort, was wir heute schon festhalten können, ist ein Vorsatz, der ist von allen erfüllt worden. Mehr lachen, das ist auf jeden Fall gesund und wichtig. Also das spielt gut aus, oder? Mehr Leichtigkeit, wie Sie ja zu Beginn gesagt haben, nicht alles immer so dramatisch sehen. Und auch Dinge, die, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, man raucht oder man nascht, oder dass man es einfach einmal annehmen und sagt, okay, das ist halt jetzt so. Und wenn es mir gar nicht mehr passt, dann ändert es. Und einfach ein bisschen, ich glaube, ein großer Punkt ist auch, der wieder mehr zurückkommen sollte für jeden selber, Dankbarkeit. Dass man ein großes Wort hat, was einen auch wieder leichter macht, Dinge anzunehmen, wenn man dankbar ist, gerade auch bei sich selbst zu beginnen, Selbstliebe, was wir vorhin das Thema schon gehabt haben. Das ist gescheiter als die Vorsätze. Ein bisschen zurückschauen und sagen, was hast du Gutes erlebt? Was läuft alles gut und was mich die ändern? Da hast du dein Leben wieder aufgebaut neu, oder da hast du einen Partner oder eine Partnerin bekommen. Also diese positiven Sachen, die geben vielleicht dann Mut, dass man dann automatisch gesünder und besser weiterlebt wird. Und sagen, okay, jetzt ist es halt gerade so und dann fällt es einem auch leichter, wenn man den Druck irgendwie rausnimmt, okay? Und dann probiere ich halt morgen, ernähre ich mich gesünder. Und du rätst das so leicht. Nein, aber generell finde ich, durch positive Einstellung kann man schon sehr viel positiv bewegen, weil man es sich einfacher macht. Es muss nur frei von Zwang sein. Richtig, genau. Man darf sich nicht selbst dazu zwingen, weil dann wird es nichts. Man muss es einfach wollen, aber sich nicht zwingen. Und sich selbst auswollen und dann tun. Wenn ich zum Beispiel über das Wetter jammere, dann sagt meine Frau, du in 87 Tagen ist wieder fröhlich. Das klingt so gut, 87 Tagen. Das ist ja super. Und das gibt natürlich Auftrieb. Eben und vor allem, also haben Sie keinen Adventkalender, sondern einen Frühlingskalender. Frühlingskalender. Ja, man kann sich auch sagen, Moment, in Urgad erscheint die Sonne ab. Sie werden das ja wissen, aber Sie machen hauptsächlich Gesellschaft. Aber es ist so, wenn man zum Beispiel jetzt schon für die Beilagen der Zeitungen schreibt, die erwarten Sie vor mir die Ostertexte. Naja, natürlich. Man muss ja vorausladen. Und das ist toll. Du sitzt da draußen schneidest und ich schreibe, warum werden die Ostereier gemalt, bemalt und so. Ganz so weit sind wir bei der Österreich noch nicht. René Wassler arbeitet noch die Weihnachtsfeiertage der Stars auf. Da gibt es so viel zu erzählen. Und der Hanenkamp steht vor der Tür. Der Hanenkamp steht vor der Tür. Also da kommen sehr, sehr viele spannende Promistories hinzu. Und auf uns zu vor allen Dingen. Du wirst über alles berichten. Und das ist unser Wunschvorsatz für dich in diesem Jahr. Noch mehr gute Geschichten. Liegt nicht an mir. Geschichten müssen passieren. Ich schreibe sie ja ruhig. Dann hoffen wir mal, dass sämtliche Promis auch ihre treue Vorsätze heuer brechen. Dann gibt es viele spannende Stars. Nein, Clemens, wir sprechen nicht von dir jetzt. Achso. Gut. Das machen wir ein anderes Mal. Deine Fragen immer nur über Kollegen, gell? Nein. In dem Sinne darf ich mich bei Ihnen bedanken. Ich hoffe, Sie haben sich zum Vorsatz genommen, dass Sie in diesem Jahr noch viel mehr OE24 TV schauen als sonst. Würde uns jedenfalls freuen. Viel Spaß mit dem weiteren Programm und danke fürs Dabeisein.